Die WWE hat eine Veränderung am Cruiserweight Championship Titel vorgenommen. So ist dieser nicht mehr wie gewohnt lila, sondern schwarz. Eine konkrete Begründung für die Änderungen am Design gibt es seitens der WWE noch nicht. Cruiserweight Champion Kalisto präsentierte die Neuauflage des Gürtels am Rande eines WWE Live Events. Mit der Mae Young Classic Teilnehmerin Kavita Devi hat WWE erstmals eine indische Wrestlerin unter Vertrag genommen. Die junge Dame, die vom Great Khali in dessen Wrestling-Schule trainiert wurde, hat eine Vergangenheit als Gewichtheberin und wird wohl Anfang kommenden Jahres im Performance Center starten. Wie es scheint, hat Baba Ray Dudley beim Ring of Honor Global Wars Chicago Pay Per View seine aktive Wrestling-Karriere beendet. So hielt der vielfache Tag Team Champion eine Promo, in der er darüber sprach, dass er an sich selbst denken müsse und die Zeit reif sei. Anschließend postete er einen Tweet, der sehr stark nach Abschied klang. Ebenfalls beim Pay Per View anwesend war der erst vor wenigen Tagen von WWE entlassene Jimmy Jacobs. Wartet nach Brock Lesnar das nächste Mega-Match auf Jinder Mahal? Auf Twitter wurde der amtierende WWE Champion gefragt, gegen wen er denn bei WrestleMania 34 antreten wolle, woraufhin Jinder eine Challenge an John Cena aussprach. Mahal selbst sei auch voll davon überzeugt, seinen Titel bis WrestleMania halten zu können. Wie wir bereits berichteten, soll Mahal bei der Survivor Series womöglich in einem Non-Title-Match auf Universal Champion Brock Lesnar treffen. Die Reunion von The Shield hat unter WWE-Fans für große Freude gesorgt. Wenn man Gerüchten glauben darf, wird The Shield bei TLC zu ihren Wurzeln zurückkehren und wieder durch die Crowd in die Halle kommen. Es ist jedoch unklar, ob The Shield weiterhin mit der Musik von Roman Reigns oder der originalen Shield-Musik zum Ring kommen wird. Die Theme-Version von Roman Reigns weicht bekanntlich etwas vom Original ab. Da die Wiedervereinigung aber primär um Roman Reigns aufgebaut sein soll, wäre es zumindest nicht überraschend, wenn man den Theme von Reigns weiter beibehalten würde. Reigns zurück Bis zum nächsten Mal.